Guten Abend, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Mein Name ist Lena Meier und ich begrüße Sie herzlich zur heutigen Sportreportage. Heute berichten wir über das Spiel Werder Bremen gegen den HSV. Das Spiel endete vor ein paar Minuten. Die ersten sieben Minuten hat der HSV deutliche Torchancen gegen schläfrige Werder-Spieler gehabt. Nach einer guten Parade vom Werder-Torwart haben die Spieler ins Spiel gefunden. In der 78. Spielminute haben die Werder-Fans nochmal richtig Gas gegeben und ihre Mannschaft zum 2-1-Sieg gejubelt. Tor! Hallo, ich bin's wieder, Lena Meier. Wir stehen hier gerade live im Weserstadion. Neben mir steht Max Kruse. Hallo. Sind Sie froh, dass der HSV abgestiegen ist? Der HSV war immer ein toller Gegner. Aber Sie sind sicher froh, dass Sie jetzt mit einem Sieb nach Hause gehen können. Ja, und wir werden später noch viel feiern. Dann noch viel Spaß beim Feiern. Danke, wir werden es genießen. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.